Weltweit erfolgreich, so auch in Estland, ja? Stimmt, schon seit 10 Jahren. Das ist wirklich unglaublich. Und nicht nur in Estland, sondern auch in Afrika, in Namibia. Ja, letzte Woche erste Konzerte in Afrika. Das war so erfolgreich. Die ganzen Giraffen aus dem Nationalpark nebenan haben jetzt noch ein Fiepen auf dem Ohr. Hier sind für euch Scooter mit One Always Hardcore, neu aus der Sieben. Das war so erfolgreich. Flop to the core, through the texture, come and get a taste of the picture, yeah! Yeah, yeah, I feel hardcore. Yeah, yeah, always hardcore. Yeah, yeah, always hardcore. Yeah, 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 always hardcore. Yeah, yeah, always hardcore. All right, one world, one people in the conference, MC, MC, no diggity eggs. Yeah, 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 yeah. Das war ein Scooter mit One Always Hardcore und ich muss ja zugeben, als ich den Song das erste Mal gehört habe, da habe ich ja schon ein wenig mitgesingt.